wisst ihr noch von der ewigkeit wo ich gesagt habe ich muss mal meine handy halterung reparieren ich glaube so richtig ach du scheiße wenn wir gucken jetzt sieht man es vielleicht ein bisschen besser so hallo wieder einmal fokussieren ich habe da jetzt ein stock reingeklemmt hier und habe klebeband gemacht und das gute ist fahrrad steht dass hier drüben das feder der feder mechanismus ist und wir können jetzt gleich mal schauen ob das auch helfen und es hält geil ich bin ein geiler typ denke ich mal glaube ich ja egal ich fahr weiter und die mainberger kultur meile niedersachsen weg ist übrigens auch ein fernrad weg wenn man so als info ach so übrigens warum ihr das so seht wie ihr es seht wo gerade die sonne ein bisschen so drauf geblendet habe ich kann es noch mal machen ach was weiß ich weil so weil die abdeckung von meinem handy vorne wo die kamera ist ist ab also dieses schutzglas das handy ist halt es ist rum muss ich auch reparieren oder neues kaufen aber ich will eigentlich ungern was neues kaufen ich würde es lieber reparieren weil es auf jeden fall auf dauer günstiger ist egal ich mache jetzt erstmal weiter dumm gelaber kann man später weitermachen haut rein